Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir einiges vor. Zuerst kommen wir zur Fitnessinformation von GOP in Zusammenarbeit mit der Schweizer Sporthilfe. Ein GOP Fit-Tipp. Heute mit Roland Dahlhäuser. Roland Dahlhäuser ist Hallen-Europameister im Hochsprung. Guten Abend miteinander. Nach dem Lockern führen wir gleich an mit einer einfachen, aber sehr wirkungsvollen Übung. Ich zeige es Ihnen schnell vor. Wir machen eine breite Gerätstellung, die Hände hinter dem Kopf verschwenken und den Ellbogen drücken nach hinten. Und jetzt das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern. Und dabei mit dem Oberkörper schön aufrecht bleiben. Machen wir es gleich einmal alle miteinander. Und rechts und links. Die Übung. Die Hände entstärkt unsere Oberschenkelmuskulatur. Auch Muskeln werden beansprucht, die im Alltag sehr oft vernachlässigt werden. Probieren Sie es doch auch einmal. Zuhause, jeden Morgen von dem Morgen. Geht dann oben miteinander. Nach einer grossen Leistung braucht es natürlich etwas Erfrischendes für neue Energie. Und da sind die Äpfel natürlich besonders aktuell. Baumfrisch und gesund. Ja und die Äpfel enthalten ja nebst anderem vor allem viel Fruchtzucker. Und der geht sofort ins Blut und erhöht so die Leistungsfähigkeit. Äpfel kann man ja wie Herdöpfel besonders gut lagern, denn sie behalten die Vitamine sehr gut. Und jetzt ist die Gelegenheit besonders günstig. Grob startet eine grosse Vorratsaktion. Nebst den zweieinhalb Kilo Tragtaschen gibt es jetzt frische Schweizer Öpfel in dieser praktischen 15 Kilo Boxe. Das aktuelle Angebot an Herdöpfel sind Binti und Urgenta in diesen praktischen 5 Kilo und zweieinhalb Kilo Tragtaschen. Und die leicht schälbaren Binti oder Stella Herdöpfel im 1 Kilo Beutel sind ideal für das Raclette. Ja, probieren Sie doch das Raclette anstatt mit geschwellten einmal mit Backen, Herr Döpfel. Da haben wir es. Und zwar werden sie halbiert oder ganz mit Salz und Kümmel gewürzt und dann auf einem gut geölten Bachblech während 20 bis 30 Minuten knusprig backen. Ja und wenn Sie mal knapp an Kochzeit sind, dann probieren Sie doch einmal diese Fertiggerichte aus. Coop hat eine grosse Auswahl von den bekanntesten Qualitätsmarken. Zum Beispiel die Rocco Brathertöpfel ohne Fett und ohne Öl. Oder die Middispaghetti à la Bolognese im Alubeutel. Miragoli von Kraft, ein Spaghetti-Dinner à la Napolitaine. Die würzige Herosugo mit gehacktem Rindfleisch. Und die feine Frische-Eier-Spätzli von Knorr, wie ausgemacht. Die Bachofenfertige Lassagne al Forno. Und der Caneloni-Gratin von Rocco. Und das tiefgekühlte Schlemmerfilet à la Bordelais von Findus. Sie sehen, Coop hat eine grosse Auswahl an Qualitätsangeboten zu günstigen Preisen. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 g kalorienarme Brotaufstrich Planta Minus Galerie für 2,90 €. 400 g Goldstar Rahm Glacé Schwarzwälder für 2,20 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zwei Dosen feine Midierbsen mit Karotten statt 4,90 € nur 3,90 €. Ein Liter Coca-Cola statt 1,20 € nur 90 €. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Mädchen Slip in verschiedenen Farben für 2,90 € bis 3,90 €, je nach Grösse. Und Buben Slip in verschiedenen Farben für 3,50 € bis 4,90 €, je nach Grösse. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.